Hallo Leute, wie die Zeit vergeht. Es ist ja schon wieder eine Woche rum und das bedeutet, wir haben Mittwoch. Und was wäre ein Mittwoch ohne eine Kanalvorstellung bei den Machern am Mittwoch? Ein Dutzend sind es mit diesen, die ich euch bisher vorgestellt habe. Und dieser hier ist auch schon sehr lange dabei. Viele werden ihn schon kennen und waren auch bestimmt schon öfters in seiner Gruft zu Besuch. Es geht um Patrick und seinen Kanal Raidscript. Seit Januar 2015, im 20. Hobbyjahr, hat sich Patrick dazu entschieden, uns doch endlich an seinen Hobbyprojekten teilhaben zu lassen. Und das ist auch sehr, sehr gut so. In über 200 aus der Gruft gesendeten Videos nimmt uns Patrick mit auf eine Reise, die über Saga mit allen Möglichkeiten und Spitzfindigkeiten hin zu Zen-Saga führt und auch immer wieder von Abstechern über Conventions und anderen Themen rings um historisches Tabletop unterbrochen wird. Die letzten Monate stehen im Zeichen von Warmaster, den Regeln, die jetzt Warlord Games als Hail Caesar, Pike and Shot und Black Powder verkauft, zumindest in den Grundzügen, und Oathmark, was mir richtig gut gefällt. Den großen Run damals auf Warmaster habe ich verpasst, was so im Nachhinein schon schade war. Aber für Oathmark, da habe ich einiges und da bin ich sehr froh, dass Patrick dazu ein paar Videos gemacht hat. Zum Thema Malen, sei es nun die Effizienz oder die Motivation, gibt es auf dem Kanal Raidscript auch einige sehr gute Vorschläge und Ideen. Vielleicht sollte ich mir das eine oder andere davon auch nochmal anschauen und zu Gemüte führen. Die Bemaltutorials für die Pferde sind für mich auch sehr interessant und muss ich auch nochmal genauer studieren. Patrick ist auch sehr oft auf der Taktika oder der Szenario zu sehen. Die Mammutjagd 2020 auf der Taktika war einfach großartig. Hoffe doch sehr, Patrick auf einer zukünftigen Veranstaltung wiederzutreffen, ein wenig zu plaudern und an seinem Tisch mitspielen zu können. So, das war die Kanalvorstellung am Mittwoch. Jetzt wird es Zeit, dass ihr euch dann auf den Weg begebt in die Gruft, wenn ihr euch traut. Also einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen und Raidscript abonnieren. Vielen Dank schon mal dafür. Das Logo für das Format Macher am Mittwoch ist vom lieben Wieland in seiner Schmiede. Einen Link zu seinem Kanal befindet sich ebenfalls in der Videobeschreibung. War schön, dass ihr reingeschaut habt und bis nächste Woche. Tschüss! Musik